Musik Herzlich willkommen, Ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutschtest für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 7, Buchstaben R bis S Rad, Fahren Das Kind kann schon Rad fahren. Rauchen Ich rauche nicht Ich rauche nicht Der Raum, die Räume Der Unterricht ist in Raum 332 Der Unterricht ist in Raum 332 Die Rechnung Die Rechnungen Die Rechnung bitte Die Rechnung bitte Rechts Die Schillerstraße ist hier rechts Die Schillerstraße ist hier rechts Regnen Heute regnet es Heute regnet es Der Regen Bei diesem Regen gehe ich nicht raus Bei diesem Regen gehe ich nicht raus Der Reis Ich esse gern Reis Ich esse gern Reis Reisen Ich reise gern Ich reise gern Die Reise Die Reisen Wir machen eine Reise nach Österreich Wir machen eine Reise nach Österreich Das Reisebüro Die Reisebüros Mein Mann arbeitet im Reisebüro Mein Mann arbeitet im Reisebüro Der Reiseführer Die Reiseführer Ich kaufe mir einen Reiseführer von Berlin Ich kaufe mir einen Reiseführer von Berlin Der Reiseführer Die Reiseführer Unser Reiseführer heißt Peter Unser Reiseführer heißt Peter Reparieren. Er hat das Fahrrad repariert. Er hat das Fahrrad repariert. Die Reparatur. Die Reparaturen. Die Reparatur ist sehr teuer. Die Reparatur ist sehr teuer. Das Restaurant. Die Restaurants. Wir essen heute in einem Restaurant. Die Rezeption. Die Rezeptionen. Fragen Sie bitte im Hotel an der Rezeption. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Das ist richtig. Riechen. Dieser Wein riecht gut. Dieser Wein riecht gut. Ruhig. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Der Saft. Die Säfte. Möchtest du einen Apfelsaft? Möchtest du einen Apfelsaft? Sagen. Sag mal, wie geht es dir denn? Sag mal, wie geht es dir denn? Der Salat. Die Salate. Wie schmeckt dir der Salat? Wie schmeckt dir der Salat? Das Salz. Herr Ober, kann ich bitte Salz haben? Herr Ober, kann ich bitte Salz haben? Der Satz. Die Sätze. Dieser Satz ist sehr einfach. Dieser Satz ist sehr einfach. Die S-Bahn. Die S-Bahnen. Ich nehme lieber die S-Bahn. Ich nehme lieber die S-Bahn. Der Schalter. Die Schalter. Gehen Sie bitte zum Schalter 3. Gehen Sie bitte zum Schalter 3. Scheinen. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Schicken. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail. Das Schild. Die Schilder. Haben Sie nicht das Schild gesehen? Haben Sie nicht das Schild gesehen? Der Schinken. Die Schinken. Ich möchte gern ein Schinkenbrot. Ich möchte gern ein Schinkenbrot. Schlafen. Ich schlafe meistens acht Stunden. Schlafen. Ich schlafe meistens acht Stunden. Schlecht. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Schlecht. Sie sehen schlecht aus. Sie sehen schlecht aus. Der Schluss. Die Schlüsse. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss jetzt Schluss machen. Der Schluss. Die Schlüsse. Zum Schluss gibt er uns allen die Hand. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Die Schlüssel. Ich gebe Ihnen noch den Zimmerschlüssel. Ich gebe Ihnen noch den Zimmerschlüssel. Schmecken. Schmeckt das gut? Schmeckt das gut? Schnell. Er fährt schnell. Schon. Ist das Essen schon fertig? Ist das Essen schon fertig? Schönen. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Schönen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Der Schrank. Die Schränke. Die Gläser stehen im Schrank. Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Schreiben. Er schreibt jeden Tag 50 E-Mails. Er schreibt jeden Tag 50 E-Mails. Die Schule. Die Schulen. Die Schule ist gleich hier um die Ecke. Die Schule. Die Schule ist gleich hier um die Ecke. Der Schüler. Die Schüler. In meinem Kurs sind acht Schülerinnen und fünf Schüler. In meinem Kurs sind acht Schülerinnen und fünf Schüler. Schwer. Ist Ihr Gepäck sehr schwer? Schwer. Ist Ihr Gepäck sehr schwer? Schwer. Das ist eine schwere Arbeit. Das ist eine schwere Arbeit. Die Schwester. Die Schwestern. Meine Schwester kommt am Dienstag. Meine Schwester kommt am Dienstag. Schwimmen. Ich schwimme jeden Tag einen Kilometer. Ich schwimme jeden Tag einen Kilometer. Das Schwimmbad. Kommst Du mit ins Schwimmbad? Kommst Du mit ins Schwimmbad? Der See. Die Sehen. Komm, wir fahren zum Starnberger See. Komm, wir fahren zum Starnberger See. Sehen. Ich kann Dich nicht sehen. Ich kann Dich nicht sehen. Sehen. Ich habe diesen Jungen schon einmal gesehen. Ich habe diesen Jungen schon einmal gesehen. Die Sehenswürdigkeit. Die Sehenswürdigkeiten. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Frankfurt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Frankfurt? Sehr. Danke sehr. Danke sehr. Sehr. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Sein. Herr Müller ist in seinem Zimmer. Herr Müller ist in seinem Zimmer. Sein. Mir ist kalt. Sein. Mir ist kalt. Sein. Ich bin 23. Ich bin 23. Ansein. Das Licht ist noch an. Das Licht ist noch an. Aufsein. Das Fenster ist noch auf. Das Fenster ist noch auf. Wegsein. Wegsein. Herr Meier ist schon weg. Herr Meier ist schon weg. Zusein. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Seit. Ich wohne seit drei Jahren in Köln. Ich wohne seit drei Jahren in Köln. Ich wohne seit drei Jahren in Köln. Selbstständig. Er ist selbstständig. Er ist selbstständig. Sich. Sie müssen sich erst anmelden. Sie müssen sich erst anmelden. Sie. Wie heißt sie? Sie. Wie heißt sie? Sie. Wie heißen sie, bitte? Wie heißen sie, bitte? Sitzen. Wo sitzen sie? Wo sitzen sie? So. Sie müssen das so machen. Sie müssen das so machen. So. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. So. So. Das war's. So. Das war es. So. Das Sofa. Die Sofas. Das Sofa ist neu. Das Sofa ist neu. Sofort. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Der Sohn. Die Söhne. Das ist Hans, mein Sohn. Das ist Hans, mein Sohn. Soll. Soll ich kommen? Soll ich kommen? Soll. Was soll ich mitbringen? Was soll ich mitbringen? Die Sonne. Die Sonnen. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Spät. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Später. Das können wir später machen. Das können wir später machen. Spielen. Die Speisekarte. Die Speisekarten. Bringen Sie mir die Speisekarte, bitte. Bringen Sie mir die Speisekarte, bitte. Spielen. Die Kinder spielen draußen. Die Kinder spielen draußen. Spielen. Spielen Sie Karten? Spielen. Spielen Sie Karten? Der Sport. Ich mache viel Sport. Ich mache viel Sport. Die Sprache. Die Sprachen. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Sprechen. Kann ich mit Herrn Klein sprechen? Sprechen. Kann ich Herrn Klein sprechen? Die Stadt. Die Städte. Heidelberg ist eine alte Stadt. Heidelberg ist eine alte Stadt. Stehen. Ich glaube es nicht, aber es steht in der Zeitung. Die Stelle. Die Stellen. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Die Stelle. Die Stellen. Ich habe eine neue Stelle. Ich habe eine neue Stelle. Stellen. Stell die Tasche rechts in die Ecke. Stell die Tasche rechts in die Ecke. Der Stock. Die Stöcke. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Die Straße. Die Straßen. In welcher Straße wohnen Sie? In welcher Straße wohnen Sie? Die Straßenbahn. Die Straßenbahnen. Wo fährt die Straßenbahn ab? Wo fährt die Straßenbahn ab? Studieren. Ich studiere in Mainz. Ich studiere in Mainz. Das Studium. Die Studien. Das Studium beginnt im Oktober. Das Studium beginnt im Oktober. Der Student. Die Studentin. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Die Stunde. Die Stunden. Ich bin in einer Stunde zurück. Ich bin in einer Stunde zurück. Suchen. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Das war der siebte Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut. Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt. Und wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritiken, Fragen, Anregungen und Wünsche. Ihr wollt keine Videos verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns. Und damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen. Ihr Wortschätzchen. Schätzchen.